Und ganz schön windig hier oben? Woll ich nur mal sagen? Genauso tot wie du, oder was? Brenn schön, brenn schön, na braver Bubi, jetzt müssen wir mal aufpassen, die Musik ist nämlich noch nicht vorbei, das heißt hier werden noch welche sein, denke ich mal. Zwei zum preis für ein und das war es anscheinend erstmal, okay, das sieht ein bisschen verbrannt aus. Oh, ich hör da immer noch Musik. Ich hör da immer noch Musik, okay, da können wir dann schneller runter. Aber ich hör da immer noch Musik. Ich bin mir noch nicht sicher. Mist, wenn ihr jetzt da rüberspringen, ich denke mal, verliere ich die Bombe, oder? Nein. Munition brauche ich nicht. Hier haben wir noch eine Leiche. Okay, und dann können wir nach oben. Ich glaub da kommt noch was. nochmal eine Dose. Ach, wir haben unsere Dose verloren. Die Rote Armee hat den Tempel des Prophetensegens gefunden. Sie haben die normalen Arbeiten eingestellt und plündern die Reichtümer unserer Vorfahren. Wir sind bereit. Gemeinsam mit den anderen Gefangenen haben wir Waffen und Dynamit gesammelt. Sobald die Wächter erwachen, werden wir das Chaos für eine Revolte nutzen. Die Rote Armee war schonungslos zu uns und wir werden es ihnen heimzahlen. Wir hören erst auf, wenn alle Invasoren tot sind. Nur dann wird unser Geheimnis sicher sein. Das hört sich auf jeden Fall mal interessant an. Okay, wir müssen wahrscheinlich da hoch, oder? Ja. Wir schauen mal, was im Schrank drin ist. Okay, Gift. Munition. Okay, hätten wir auch hochkommen können. Ähm. Ah, okay. Hochsprüngen. Hier haben wir noch was? Es gibt Probleme. Riesenprobleme. Ich habe etwas rumgeschnüffelt, ein paar Dateien für mich gespeichert und dabei eine Korrespondenz gefunden. Über mich. Und ich fürchte, ich sollte sie finden. Der Sicherheitschef weiß, dass ich Daten beiseite schaffe. Vielleicht schon die ganze Zeit. Im Moment beobachten sie es nur. Sie wollen wissen, was ich bezwecke. Ich wünschte, ich wüsste das. Ich werde sterben, nur weil ich neugierig und dumm war. Ich glaube auch nicht mehr, dass dieser Kanal sicher ist. Vielleicht haben sie dich schon erwischt. Ich werde hier draußen paranoid, aber Trinity... Sie sind groß. Und sie sind überall. Je mehr ich herausfinde, desto klarer wird, dass ich am Arsch bin. Also, bitte sehr. Du hattest recht. Ich würde es dir gerne persönlich sagen. Okay, da ist jemand zum Verräter geworden. Und jetzt wird er wahrscheinlich erwischt. Wir können mal was abfackeln, aber wir haben jetzt hier nirgendwo... Wir haben hier keine Flasche, mit der wir das jetzt abfackeln könnten. Dann müssen wir einen anderen Weg finden. Na... Kommt. Ich wollte einen hin nach oben. Danke. Jupp. So, da mal ein Banner. Okay. Da steht was drauf, aber da hat es ja auch nichts dazu. Okay. Ah, da haben wir schöne Flaschen. Okay. Also, einmal fürs Tor. Und einmal fürs Spanner. Zwei von sieben. Ich habe schon mehrere gesehen, aber ich habe mir noch nicht überlegt, wie ich die kaputt machen kann. Werde ich auf jeden Fall später noch unten machen. Okay. Da ist es wieder schwingen. Spiderman! Macht bestimmt Spaß, aber ich glaube ein Fehler und wir sind tot. Ich komme hier nicht weg, Lara. Sie müssen da... Mist. Okay, es sieht so aus, als müssen wir Jacob retten. Oh. Da baumeln aber einige. Okay. Verdammt. Ruhe. Volle Munition, okay. Mist. Sie sind schon drin. Es wäre fast zu einfach. Lasst mich mal das Protokoll sehen. Ich glaube, da wurde der Safe erwähnt. Okay, wir kommen hier schon mal nach oben. Okay. Okay. Vorsicht. Nur die Scharniere. Nicht so einfach. Da, das Ding ist zugeschweißt. Das wird ein Weilchen dauern. Ich will reinschauen, bevor Konstantin hier ist. Schon klar. Aber davon schmilzt das Metall auch nicht schneller. Okay. Dann erklär du, warum er noch nicht auf ist. Ich kann es euch ja gerne erklären, wie es geht. Viel Spaß. Auf dich. Das war's. Ja. Eigentlich wollte ich alle verbrennen, aber es hat wohl nicht geklappt. Schade eigentlich. Der Tresor würde mich natürlich auch interessieren. Aber ich glaube nicht, dass ich den aufkriege. So, was haben wir denn hier? Munition, Munition. Brenn mal schön. So, ich würde mal sagen, das sind in der Nähe welche. Müssen wir ein wenig aufpassen. Ein Gas-Lag. Sie ist flankiert. Wir sind einer weniger. Headshot. Hier und jetzt. Na klar. Komm raus. Bleibt mir raus. Noch mal ein Headshot. Wow, wo kommst du her? Batsch. Na, die Dose brauche ich nicht. So, jetzt müssen wir mal umgucken. So, einsammeln. Ah, wir können mal alles einsammeln, okay. Äh, auf geht's da oben. Ja, verdammt. Okay, ich tu doch mal schnell. Was anderes verwenden. Ich sehe da, kommt was. Auf, Führer! Ich bin nicht hier raus. Und da noch am Rechten. Ich hab sie. Ich stehe auf. Ich stehe auf. Ich sehe da, kommt was, ey, Verflug. Okay, der ist auch weg. Alles schon einsammeln, was wir kriegen? Okay. Hier haben wir noch was. Brauchen wir nicht, weil wir haben es schon. Okay, ist alles voll. Ähm... Fuck! Scheiße. Ich habe Sichtbestätigung. Oh. Oh. Ja, Sir. Ausschwärmen. Wir haben sie umstellt. Komm her, komm her. Komm her. Oh, brennerschön. War es der letzte? Ich hoffe es. Die sind richtig mies mit den Schildern. Wollte ich nur mal sagen. Ah, gegen die Feuer können wir auch nichts ausrichten. So, wie geht's weiter? Ich habe Angst bei dieser Hektik, dass ich hier irgendwas übersehe. Ich habe noch eine Leiche, aber sonst nix mehr, oder? Nö. Weil ich spiele, die tun hier einen immer so ein bisschen in Hektik verfallen lassen. Also gerade mit Feuer und so weiter. Wow, wir können verbrennen, oder so. Aber dabei hätten wir eigentlich noch genug Zeit, um zu gucken. So. Wollen wir uns an Bogen? Jakob. Wird so Gewohnheit, dass wir uns gegenseitig retten. Danke. Zum Glück sind Sie okay. Ist das der Weg hindurch? Ja. Da drin werden noch mehr sein. Sie müssen das nicht tun. So leicht werden Sie mich nicht los. Ich brauche noch Antworten. Dann verlieren wir keine Zeit. Okay, auf geht's. Ja, natürlich mit einem schönen Rundfall. Das klingt gar nicht gut. Trinity muss die alte Minenausrüstung gefunden haben. Sie wollen zu Ende bringen, was die Sowjets begonnen haben. Und es führt kein anderer Weg ins Tal. Ich fürchte, nein. Nicht mehr. Das macht es kompliziert. Sch, sch, sch. Wenn die so weitermachen, stürzt hier alles ein. Die Sowjets haben viele der alten Wege zerstört. Die Maschinen sind nicht für Feinarbeit ausgelegt. Wir müssen an ihnen vorbeischleichen. Ja, aber wir müssen uns beeilen, wenn der Tod kommt. Hey! Jacob! Sophia! Die Infinity ist hier! Wie frei ist es, der jetzt tot weiß ich nicht. Erst mal versuchen, hier rauszukommen. Wow! Wow! Jacob, sind Sie da? Hören Sie mich? Das ist nicht gut. Ja, das glaube ich dir. Ich glaube, Jacob weint nicht mehr unter uns. Oh. Oh, oh, oh. Vielleicht kriegen wir den Aufzieh im Gang. Es muss doch einen Weg darauf geben. Moment, ich glaube, ich kann. Okay, okay. Ich kann die Konsole mit Strom versorgen. Wir können nicht den gleichen Weg zurücknehmen. Wir müssen den Lift erfreuen. Ich weiß, lasst mich kurz mal was versuchen. Wenn der weiter so versucht, dann stürzt die ganze Höhle ein. Bei der Höhleneinschutz gerade so ein Sound auf ein Headset gehabt, ey, so mir gedacht, ey, wow. Uh, Wahnsinn. Okay, dann dort wieder Pistole. Da war es doch noch einer. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Musik Musik Musik